Servus Leute und willkommen zu meinem Video. Heute geht es um die Socken, Hot Socks, ja, die mit dem Slogan werden, nie wieder kalte Füße. Ich habe die aus einem Grund bestellt und zwar wegen meiner kleinen Schwester, der immer kalt ist an den Füßen, ja. Und dann dachte ich mir, komm, ich bestelle mal diese Socken hier und was mich auch hier dazu gebracht hat, die zu bestellen, war auch, dass man die in die Mikrowelle oder in den Backofen erwärmen kann. Nun ja, das gucken wir dann, ob das auch so klappt, wie die das sagen und das werde ich euch dann auch zeigen.